so da sind wir wieder so ich habe geguckt da habe ich eine kleinigkeit vergessen der gar da kommen nämlich auch die dings hin wieder so diese aber wir sind die dinger diese pinöppel kinder aber dann müssen wir das halt nachträglich machen aber gut dass ich das noch gesehen aber also wir haben ja diese dings hier was das die pflastersteine was diese runden dinger darstellen soll aber ich weiß nicht wie später aussieht vielleicht mache ich auch nur taunen aber wir machen jetzt erstmal hier die hier weg dabei die zwei außen gehabt da sind vier stück und da machen wir die dinger rein ich weiß nicht wie es aussieht ob wir das lassen oder ob ich dann zau nehmen aber die berühren sich auch wenn ich zau nehme ne warte mal zau nehme ich mal die berühren sich aber trotzdem da glaube ich warte mal nicht brauche ich nicht ich jetzt hier in zau ne mache naja die berühren sich auch ist jacke wie hose wie es aussieht das müssen grüne streifen ist an egal wir machen erstmal die als anhaltspunkt so dann geht es jetzt sofort weiter also denkt dran die müsste auch noch eben rausschlagen und die vier da rein machen dann gehe ich eben zur nächsten ebene warte mal dann wollen wir live dabei live dabei sei ich warte im zack warte foto schick oder geht sofort weiter weil das ist jetzt nur noch ein kinder kick schieß kick schieß war von deutsch so dann haben wir jetzt hier machen wir hier jetzt passt auf die vier lassen die sechs lassen wir da dann machen wir hier die 1234 ach so dann müssen wir hier in zwei jahr zwei jahr dann vier und dann von da aus aber so da sind wir dann machen wir die kurve hin so eine kurve da wieder von da aus zack zack runter und dann noch mal zack zack runter dann haben wir hier so tag 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 und dann das bleibt eine linie das 1 2 3 4 1 2 3 4 zack zu fertig und der eine kommt noch einer dahin und dann sieht so aus so dass haben wir das schon mal das passt jetzt kommen wir hierzu das bedeutet jetzt muss ich erstmal gucken wo bin ich jetzt hier ja hier die beiden sehe ich ja das bleibt alles sichtbar hoffentlich wird man das auch irgendwie später so auch sehen auf jeden fall wir machen jetzt hier sind zwei stück dann gehen wir runter machen dort eine reihe hin die reihe geht bis dorthin okay die haben wir gemacht dann suchen wir die mitte raus da kommen zwei stück nach oben dass sie in dreier ist da ist ein dreier das ist alles sichtbar so dann haben wir hier ein ausgangspunkt das heißt da haben wir ein quadrat und dann ist das die mitte alter das geht doch gar nicht das muss dass die mitte seien hier das geht auch gar nicht ich kann doch kein quadrat machen und dann die mitte ergibt sich von peng oder was das sind drei lassen dreier ja was soll ich denn jetzt machen wie sollte die mitte jetzt hinkriegen egal da müsste ich das irgendwie improvisieren oder hier machen wir hier zwei stück hin dann runter zwei stück und dann 123 so das sind nämlich hier für diese flüge nicht früher sondern diese kohle wird das und da mache ich die eine einfach halt versetzt ist auch scheißegal das kriegt doch keiner von euch mit oder so die jetzt dann aber hier wieder drei jahre dann haben wir dreier dann aber nach da und dann 123 so 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 das gleich und jetzt müsste die hier in der mitte seien das ist natürlich kacke dann kann ich sie nur so machen das kriegt ja keiner mit oder ihr habt ihr jetzt genau in der mitte ist das kriegt ja nicht hin hier ich mach dir so so bisschen verschlüge ich weiß es wohl nicht wie wir die machen ich mache jetzt einmal so dass für eine linie haben so dass hier ist ob das jetzt so ob man das so sieht oder ob wir das jetzt so wie ich das jetzt gerade gemacht haben wenn wir die kohle gleich haben das war hier so ein bisschen so machen dass sie so ein bisschen zick zack geht dass sie so ist das mobile gleich aus wir machen erst mal eine seite gerade weil wir hier die mitte ja nicht hinkriegen hier so dann haben wir das erledigt und das heißt jetzt warte mal gucke ich aufs nächste foto sofort was ihr machen müsst ob alles ausgebaut wird jetzt ja wird ausgebaut das bedeutet warte mal nächste foto nächste foto nächste foto alles klar das bedeutet wir machen jetzt nur noch die fackel das bedeutet pass auf euch ein bisschen leichter machen das ist der 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 bleibt so der bleibt so okay dann müssen wir jetzt nur ihr macht jetzt das bleibt jetzt pass auf dann sind wir hier schon zugange das heißt ihr macht jetzt hier einfach nur so gehen dahin macht hier einen balken ein weißen klötzchen hin so dann machen wir von der ecke aus aber so da ist ein zweier da kommt ein zweier hin da ist ein zweier das sind vierer das bedeutet wir können gleich sofort loslegen der ist da da muss ich gleich noch umpuppelt das bedeutet ja das bedeutet was bedeutet dass jetzt nur für die nächste folge glaube ich machen weil dieses bleibt so da braucht ihr jetzt kann ich warum jodeln das ist die krone die bleibt jetzt so oder wir machen jetzt nur noch die fackeln das bedeutet nur die fackel wird jetzt herum gepuppelt jetzt muss ich aber gucken wie wir am besten hier gleich direkt aber auch anfangen das heißt hier ist das quadrat dann gehe ich rüber quadrat 123 123 123 123 dann sieht man den und da kommt hier einer drauf dreier so dann heißt es das wollte ich nur wissen dann könnte das eben zu machen einfach nur so dass wir jetzt noch ja ist ja nur noch die so noch die fackel und die wieder nicht ganz gemacht aber wir machen da nicht dass die könnte gelbes feuer dahin machen aber ich mache richtiges vorher nur das heißt jetzt ist die gruppe folge ich glaube jetzt machen wir auch nur noch jetzt mache ich noch mal einmal cut und dann machen wir jetzt so lange bis wir die fackel fertig haben weil es ist jetzt nur noch kinderschiss und dann haben wir es okay macht das erstmal zu so muss aussehen und wir sehen uns gleich wieder bei preis herr empel